Hi Leute, willkommen zu Paparazzi, einem Spiel, wo wir Hunde fotografieren, knipsen die ab und dann speichern wir sie in deinem Fotoalbum und ich weiß überhaupt nichts über dieses Spiel, rein gar nichts. Ingi hat es mir gekauft und wollte unbedingt, dass ich es mal streame. Ich bin darüber gespannt, wie das Spiel sein wird. Ich kann nicht versprechen, dass mir das Spiel gefallen wird, das will ich nur kurz schon mal sagen. Die Sonde. Oh Gott, Steuerung ist echt komisch. Ich spiele mit Maus in Tastatur. Das fühlt sich aber so ein bisschen schwammig an und oh mein Gott. Ich dachte, man wäre ein Mensch in diesem Spiel. Ich bin eine Kamera. Wir sind wie ein Mario Maker oder was? Okay, also hier können wir nicht lang, auch wenn wir richtig hoch springen können. Ich komme immer nördlich davon hinweg, dass wir für eine Kamera sind. Das ist so dumm. Hi, was geht ab? Basic Color steht da oben in der Ecke, ich weiß aber nicht warum. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, ist das ein Stock? Was war das denn für eine Animation? Doggy! Oh, Doggy! Gib her. Kann ich das nicht nehmen? Was hast du? Gib her. Ah, jetzt kann ich es nehmen. Wie die sich bewegen. Die Animation sieht so dumm aus. Wie die sich bewegen. Ist das so dumm. Warum muss ich da lachen, was mit meinem Humor passiert, ey? So klein doch. Deren Augen auch. Der hat wie so Googly Eyes. Hi. Warum verfolgen mich alle? Achso, soll ich nie fotografieren in der Hacke oder was? Kann ich machen. Ja, das soll ich machen. Okay, ich war schon zu weit. Alles klar. Die Mannan wusste ich doch, dass ich ein attraktiver Patrose bin. Du kannst jetzt Hunde streicheln. Oh, kann ich das? Warte, mein Film geht aus. Seht ihr das unten rechts? Ich habe eine Hand. Und dann streichle ich die mit meinen Beinen. Hä, ne, ich habe eine Hand. Ich brauche unbedingt mal einen Spiegel in diesem Spiel. Oh, süß, ich habe ein Hunde. Ja, ja, ganz wein. Ganz, ganz wein, der Hund. Ganz brav. Komm her. Ja, ja, ja. Oh, du auch. Oh, ja, ja. Okay. Wer von euch Hunden ist der Loyalste? Holt den Stock. Oh, wir haben ein Gewitter. Es ist... Ja, wie nenne ich dich jetzt? Die ist nicht rumgewegen. Ey, die sind mit dem Stock klauen. Tust du, als wäre das deiner, ne? Ne, ist nicht deiner. Möchtet jemand Banane? Hier, Banane. Hol sie euch, da. Ja, du darfst hier auch essen. So isst man keine Banane. Ja, Riesenbereich verlassen. Wir sind ja jetzt fertig hier eigentlich, würde ich sagen. Wunderschön. Achso, ich muss jetzt auf Favorit setzen, ne? Hier, das ist super. Der hat da einen Screenshot draus gemacht. Ja. Achso, ich musste... Oh, ich dachte... Okay. Boing. Das ist ein bisschen an Sonic. Neh, mir sieht voll cool aus. Also Exploration, ne? Das ist das Thema. Was macht da ein Schiff auf den Bergen? Hä? Wie bist du hier auch gekommen? Keine Ahnung. Ich war es wirklich nicht, was man noch zu tun könnte. Ich habe hier zu wenig Leitfaden in diesem Spiel. Ich bin verwirrt. Was soll ich machen? Das Spiel erzählt mir nix. Oh Mann. Ey. Was soll ich machen? Wahrscheinlich soll ich halt die fünf Follower erreichen. Aber ich weiß halt nicht, wie das gehen soll. Kann ja nix machen so. Oder soll ich hier Bilder auf Dognet posten? Ah. Okay. Ah. Jetzt kann ich das wahrscheinlich freischalten, oder? Ah, Junge. Hat mir aber auch niemand gesagt, dass ich da ins Dognet gehen soll. Hat niemand gesagt. Ich sehe mich gerade selbst. Das ist irgendwie gruselig. Also ich wette für Leute, die Hunde richtig lieben. Jetzt ist das ein megacooles Spiel. Was ist mit dem eigentlich ab hier? Kann ich hier fotografieren? Ja. Unsere hat sich nur nach deiner Meinung gefragt. Aber ich habe einfach fotografiert. Ja, ja. Das upload ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Mensch. Was sagst du denn? Nee, nee. Oh mein Gott. Was? Wa? Du, du, wie, wa? Wie, wie machst du das? Wa, wa? Was zum? Ach, wenn es Spam ist. Ich muss es hochladen. Was? Wa? Okay. Fresh Spaghetti. Kann ich dich auch petten? Komm, wir geben den Headpad. Headpad. So. So. Sie sehen genauso aus wie alle anderen Menschen hier, sir. So, ich bin eine einfache Kamera. Ich möchte nur fragen, warum sie genauso aussehen wie alle anderen. Kann ich ein Interview mit dem Headpad, sir? Das geht auch nur 50 Minuten. Komm schon. Wie, komm, ich nehme mal mit. Wie nehme ich das mit? Habe ich Hände? Anscheinend. Oder auch nicht. I don't know. Wa, wa, was? Wa, wa? Bist du ein Hund? Ist das ein Hund? Kann ich den uploaden? Nee. Okay, okay. Ich mag auch Hunde, aber ich liebe sie nicht total heftig. Und warum schwebt ihr? Hört auf zu schweben, das ist gruselig. Schaut mal, Leute. Ich habe ein Foto davon gemacht. Skateboard? Okay, was? Das klebt auf meinem Bein. Okay, ich habe genug gesehen. Vor einiger Zeit musste das Gateboard schließen. Aber ich glaube, dass wir da Klasche fangen können. Schau mal, was du wirklich in den Müll unternehmen kannst. Soll ich jetzt auch den Müllcontainer geben. Achso, du willst ein Bild vom Müllcontainer. Ja, das geht natürlich auch. Hier, hier wohne ich aber, ne? Nicht erst mal in der Adresse liegst. Geht nicht. Aber das habe ich geschafft, anscheinend. Warum, warum? Hör auf, die Tüter zu machen. Jedes Mal. Du hast ein Pisser. Ah, hat mir niemand gesagt, dass ich den Müll aufheben kann. Ich muss mir alles sagen. Ich bin ein dummes, kleines Kind. Stehe gar nichts hier. Hä? Wo ist es hin? Es ist rausgeglitscht. Nein, ich kann nicht... Das hasse ich so sehr in diesem Spiel. Dass der Film nach nur neun Fotos ausgeht. Welche Kamera hat heutzutage nur noch neun Filme? Junge, du, man spielt eine Kamera. Und er kann nur neun Fotos speichern, bevor er dann sein Gehirn überspeichert oder so. Ah! Was? Nein! Stopp! Ich rede gerade darüber, dass Pokémon Legends so überteuert ist für die Grafik. Ich stehe mit dir zu. Bum, bum. Ich fühle mich gerade wie Sans. Nein, die despawnen die ganze Zeit. Nein! Man kann ja gar nichts sehen damit. Das ist ein bisschen zu verpixelt, glaube ich. Irgendwie das... Wow, cooler Effekt! Selfie-Modus? Wa... Was? Oh mein Gott! Warte, warte. Hä? Yo, what's up, guys? Yo, was geht, Leute? Ich bin zwar wieder euer Fotograf, der Fotogene, äh, Fritz Gerald. Heute mal wieder am Stüssele. Wir machen mal wieder Fotos mit irgendwelchen random Personen, die wir nicht kennen. Zum Beispiel mit dieser Person hier. Hi, sag mal tschies! Oh yeah, du kommst ins Internet! Oh yeah! Komm her! Let's go! Bam! Nochmal! Nee, 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 du bleibst schön hier! Was? Polizei? Das können sie gar nicht tun! Nein, das ist nicht okay! Oh Gott, Leute, schnell weg hier! Was ein krasser Prank! Yo, Leute! Ich bin zwar wieder hier, der Fritz Gerald. Wollte euch nur mal am Start mal sagen, dass ich hier die Straße aufhalte, um mal ein paar Fotos mit diesen coolen Autos zu machen. Yeah! Die sind so dreckig, man kann nicht mehr reingucken, wer da überhaupt fährt. Wahrscheinlich Hunde oder so. Oh yeah, Leute! Lasst ein Like da! Followt mich auf meinen... Dogusnap! Dognet! Genau! Okay, genug Cringe für mich. Warum... Junge! Warum drehe ich meinen Charakter nicht mit? Er bleibt einfach stehen! Hä? Warum hinterfrage ich das in der Welt, wo Hunde besser leben als Menschen? Was? Oh mein Gott, Duckies! Süßere Duckies! Ja, ich sitz hier mit meinen Homies. What's up? My brother? My brother? Ich hab zwei Augen! Das ist so unmenschlich schwer. Warum hab ich das gerade so komisch gesagt? Äh... Oh nein, jetzt ist meine Violine ins Wasser gefallen. Haben sie das gezeichnet? Ich hoffe doch. Zeigen sie mal, ja. Ich merk erst jetzt, das sind Pfoten. Hä? Was? 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 Was machst du? Wie kann ich es unter Wasser fahren? Guck mal mit. Hi Leute, kann ich mitmachen bei der Performance? Ich tanze auch mit. Oh yeah. Oh yeah. Hier, ich hoffe, mein Spielzeugauto darf auch mit tanzen. Ups. Hab ich es so eingetragen? Jetzt. Oh yeah. Woo! Woo! Oh, die jagen es. Mögt ihr dieses Auto nicht? Oh nein, ich werde überfahren. Nein, du siehst nicht. Nein. Nein! Oh, ich werde weg, ich schluss. Hey. Ey, Bro. Ey. Ey, Bro. Hey. Lass mich einfach allein. All dem, was wir gemacht haben. Was guckst du? Ja, bist du? Ich mach deine eigenen Sachen. Hau ab. Lol. Ich weiß nicht, wieso, aber das ist total mein Artstyle. Polygonische 3D-Objekte mit so Pixelgrafiken übergeklebt. Das ist so richtig meins. Hä? Der da? Der ist doch ganz lieb. Wann zeigst du denn? Ach, ich weiß, wohin er zeigt, Leute. Hier, er zeigt auf den Subscribe-Button. Okay, wir tun uns daraus, heute ist ja was rein editiert. Geht er hier rein? Nee. Oh, ich werde überfahren. Wo ist er hier lang? Oh. Ey, nicht von uns noch da, bei dir. Jo, Leute, was geht ab? Ich bin's wieder. Euer Frederik Franzisko. Was auch immer noch. Alles für Namen. Fitzgerald. Und heute chill ich mal wieder mit meinen Homie-Dogs. Hier in dieser Gegend. Das war ein anderer Freund. Sag mal, hallo. Ja, die können nicht reden. Das ist das Problem. Trotzdem nice. Jo, Leute. Ich bin mal wieder dabei, Hundewelpen zu retten. Aber bevor ich sie rette, mach ich mal schön ein Foto von ihm. Und von meinen Füßen. What are those? Es ist vielleicht lustig, wie das eins hinter dem ist. Komm schon. Ja. Miska, Muska, Mickey, Maus. Jo, Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Fitzgerald. Hier hinter dieser Tür, hinter dieser Tür, befindet sich Mickey Maus' geheimer Bunker. Oder auch der geheime Bunker vom roten Eichhörnchen. Ich weiß es nicht. Könnt ihr euch selber entscheiden, was es ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wird hier entstanden. Ich weiß es nicht.